Ankommen in einem besonderen Ort. Einem Ort, dessen Name synonym ist für einen von Sonne und Meer inspirierten Charme. Ostseebad Warnemünde. Meergefühl, mehr Perspektive, mehr Spaß. Spaß am Meer. Spaß am Spiel, an der Begegnung. Kurs nehmen auf das Außergewöhnliche. Neue Horizonte entdecken und ankommen. Ankommen in einem außergewöhnlichen Hotel. 64 Meter himmelwärts. Hotel Neptun, ein Leuchtfeuer der Gastlichkeit. Der Meeresgott persönlich wohl nicht. Dafür jede Menge guter Geister erwarten sie in diesem besonderen Haus der Arkona Hotels, um ihnen jeden Wunsch von den Augen abzulesen. Ankommen und sich zu Hause fühlen. Von frischer Eleganz, First Class Komfort und exklusiven Service verwöhnt, genießen sie das einmalige Flair unseres Hauses. Denn das Zimmer und der Balkon mit dem Blick aufs Meer, bei uns sind sie das Privileg eines jeden Gastes. Ob bewusste Ernährung oder Schlemmen, unsere feine und leichte Küche mit frischen Produkten bekleidet sie durch den Tag. Lassen Sie sich einfach verwöhnen. Draußen die Ostsee, drinnen Arkona Spa. Gesundheit, Fitness und Schönheit auf 1500 Quadratmetern. Eine Wellnesslandschaft vom Feinsten. Heben Sie ab in Neptuns neue Erlebniswelt. Unsere professionelle Beratung für Ihr maßgeschneitertes Gesundheitstraining an modernsten Geräten mit Meerblick. Wir bringen Sie in Höchstform. Na, dann entspannen Sie sich mal schön. Lagerfeld und Topmodels schwören auf Sie. Die Schönheit aus dem Meer. Premiere in Deutschland. Die Original-Talasso-Therapie. Waschechtes Meerwasser und die Nähe zur Küste. Unsere exklusiven Voraussetzungen. Von der Panorama-Sauna bis zum Meerwasserpool. Von der Beauty Farm bis zum Fitnesszentrum. Ob medizinische Anwendung oder einfach nur Spaß und Entspannung. Bei uns sind Sie in besten Händen. Und während Sie das Vergnügen im Arkona Spa haben, haben wir das Vergnügen mit Ihren Kleinen. Unser Kinderclub Seepferdchen lässt Kinderherzen höher schlagen. Vor der Haustür ihr Platz an der Sonne für den Blick auf die See. Der weiße Strand von Warnemünde, die feinste Art, Meer zu erleben. Übrigens, auch in der kühleren Jahreszeit können wir Warnemünde wärmstens empfehlen. Flanieren am alten Strom, mit urigen Schifferkneipen, schicken Cafés und Boutiquen. Immer wieder ein Erlebnis. Fit für Abenteuer? Von uns aus kann's losgehen. Entdecken Sie die Geschichte und den Charme einer ursprünglichen Küstenregion. Das Tor zur Ostsee, die stolze Hansestadt Rostock. Noch heute maritimes Handelszentrum und Kulturmetropole Mecklenburgs. Hansestadt Wismar, Backsteingotik und Bürgerhaus, künden von der wechselvollen Geschichte der Stadt an der Mecklenburger Bucht. Einst Orientierungspunkt der Seefahrer, das mächtige Kirchenschiff von St. Nikolai. Geschichte zum Anfassen. Ein Rathaus in Ziegelrot und Gold, die alte Pracht der Hansestadt Stralsund in neuem Glanz. Für das Kind und den Romantiker in ihnen ein Muss. Der Ausflug zur sagenumwobenen Insel Rügen. Jagdschlösser und Villen und eine Seebrücke wie aus dem Bilderbuch. Die berühmten Greidefelsen, sie beflügelten einst schon die Fantasie des Malers Kaspar David Friedrich. Tauchen sie ein in die Wunderwelt der Meere. Die größten Aquarien Mitteleuropas im Strahlzunder Museum für Meereskunde. Die zarte Schönheit von Fischland Darß. Erleben Sie den Zauber einer ursprünglichen Kulturlandschaft mit eigenwilligen, aber sympathischen Menschen. Entdecken Sie kunstvoll Handgemachtes. Zurück zu den heimischen Töpfen. Von raffiniert regional mit fangfrischem Fisch über klassisch international bis zur leichten Wellnessküche glänzt Neptuns kulinarische Palette. Wir wünschen guten Appetit. Und nach einem erlebnisreichen Tag nehmen wir sie noch mal so richtig mit. Zum Rolexen an die Lobbybar oder zu den Sternen in die Skybar mit dem traumhaften Blick über Stadt und Meer. Sie sehen, in unserem Hause gibt es noch einiges zu entdecken. Finden Sie es heraus. Tja, auch der schönste Urlaub muss einmal zu Ende gehen. Bevor Sie aber Ihre nächste Geschäftsreise planen, sollten Sie unbedingt an Ihren letzten Neptun-Urlaub denken. In unserem Haus lässt es sich nämlich nicht nur herrlich entspannen, sondern auch höchst entspannt arbeiten, tagen oder feiern. Entdecken Sie unser Potenzial. Kreative Kommunikation und konstruktive Planung. Hotel Neptun, Ihr Zuhause für arbeitsreiche Tage. Seminar, Tagung oder Präsentation. Ballnacht oder Bankett für sechs oder 600 Personen. Wir schaffen den perfekten Rahmen für Ihre Veranstaltung. Tadelloser Service und modernste Technik, aber selbstverständlich. Nach der Arbeit das Vergnügen. Leinen los für Ihr maßgeschneidertes Incentive oder Rahmenprogramm. Segeltörn, Sandburg-Olympiade oder Neptuns berühmte Mitternachtsküchenparty. Wir servieren Ihnen ein garantiert unvergessliches Erlebnis. Seeluft macht Appetit und wir haben natürlich vorgesorgt. Frischer Räucherfisch und eisgekühlter Aquarid. Die beste Grundlage für tolle Stimmung an Bord. Und wann immer Sie vor unserer Küste kreuzen, erinnern Sie sich an uns. Das Hotel Neptun, ein Leuchtfeuer der Gastlichkeit. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Das Hotel Neptun, ein Leuchtfeuer der Gastgeber der Gastgeber der Gastgeber der Gastgeber.